Ja, herzlich willkommen Jungs zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront. Die letzte Folge ist ja schon ein bisschen näher. Ich hatte Prüfungsvorbereitungen und bin jetzt Geselle, bin jetzt mit der Mechatroniker-Ausbildung fertig. Und ja, deswegen hat es ein bisschen gedauert mit der letzten Star Wars Folge. Allgemein mit Videos war es ja ein bisschen knapp. Und deswegen würde ich sagen, sagen wir gleich mal, nächste Runde Star Wars. Ich habe, außer diesen, wo ich bis jetzt gespielt habe, Spielmoden noch kein weiteres gespielt. Das heißt, im letzten habe ich Heldenjagd ein bisschen gesucht, dass wir ein bisschen weiterkommen. So, wir haben insgesamt Abwurfzone, Fracht, Vorherrschaft, Kampfläufe und Heldenjagd. Das heißt, da würde ich sagen, kommt diesmal die Wessler mit Jägerstaffel, steigen in den Raumschiff und dominieren im Luftkampf. Luftkampf ist ja heute nochmal so schlecht, ich war worden, direkt auf die VBL in München. Würde ich nochmal sagen, bevor das losgeht. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal eine schöne Rebellen-Kampfszene an. In der Luft, in der Luft, also let's go. So, nehmen wir wieder die ganze Normale Hut mit. Impuls-Kanodion gerade, der schaut ganz gut aus. Als Rebellen starten wir hier in die Jägerstaffel, let's go. So, X-Wing oder A-Wing, ich nehme den. Mir gefällt der X-Wing ein bisschen besser, das sind die guten alten 0815 Teile. Ach du Scheiße, Alter. Was geht denn hier ab? LOL, LOL. Komm, den Griechmann, den Griechmann, den Griechmann, den Griechmann, den Willi, den Willi, den Boy. Den Willi. LOL. Ich habe ihn beschädigt, okay, okay, okay. LOL, da kommen wir jetzt aufs Sammeln, da war der Bezicht sich dann selber. 78 zu 47, wir sind gut am Start. Wir sind mal ein A-Wing, wir sind noch mal ein kleiner, wahrscheinlich. Verteidigen, okay, du hast eine Mission. Du spielst hier quasi einfach bloß in der Luft, da ist alles in der Luft, du musst einfach bloß die anderen Wings zerstören, okay, okay. Da oben sind die Todessterne. Alter, schaut das nicht schlecht aus, aber das verteidigt mal. Auf geht's. Oh, zerstört. Oh, Feinder fasst dich. Chill, boy, chill. Dodgen, 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 schön. LOL. LOL. Bessiegt von Turbolaser. Der hat mich auch sondergelegt. Jetzt machen wir mal wieder eine RNX-Wing. Auf geht's. Jawohl, jetzt will jetzt ist er das Müsse, komm. Wir führen 130 zu 90 bis 200, glaube ich, wenn ich mir das ein bisschen anschaue. Aber die machen unsere Dinger, die machen unsere, 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 unsere Schiffe, glaube ich, die Große, dass sie, jawohl, jawohl, zerstört. Verbarmen, Tierüber zerstört. Wow, Alter, jetzt höre ich aber auf hier. Jetzt hören wir mal auf hier. Imperale, das ist ein Sportschiff, kommt. Sehr geil, okay. Also, diese Tierjäger, die waren wahrscheinlich nicht von anderen Spielern gesteuert, leider. Angreifen. Oh, was kommt da? Was kommt denn da? In 1000, oh, 1000 Kilometer. Schau mal, was da abgeht. LOL. What the hell ist das ein Transportschiff? Ballen, 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 und ausweichen. Sieg! 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 Sieg, der Treffer, der Abschied ist, Abschied, das Sieg. Ja, Mann, dieser Modus macht mir einfach mal überhaupt keinen Spaß, irgendwie. Also, das ist irgendwie der Beschissensse, was ich bis jetzt alle überhaupt gespielt habe. Ich spiele aber trotzdem noch eine Runde, weil hier, wir können ja nicht nach fünf Minuten hier das Spiel beenden. Der Super Thomas ist auf dem ersten Platz. Das heißt, wir schauen uns gleich mal nochmal eine Runde an. Ich würde jetzt mal Bock, Sturmtruppen zu spielen. Lang 14, ist nicht mehr weit entfernt. Gehe ich jetzt mal davon aus. Das heißt, wir schauen gleich in der nächsten Runde, jetzt sind wir eh Sturmtruppen. Dann machen wir mal die kleinen, die kleinen, fliegen wir mal die kleinen Teile und versuchen dann die Sturmtruppen und die Rebellen, Frachtschiffe und Schiffe zu zerstören. Alles klar, machen wir mal noch hier, was spielen wir jetzt gerade? Ja, irgendwie macht es mir nicht so Bock, keine Ahnung. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Okay, schauen wir mal gleich rein in die bösen Seite. Jägerstaffel, ja, ich frage mich eigentlich, wie soll ich da eine Hand mitnehmen soll, also irgendwie, uh, also irgendwie, äh, Ion-Ganate oder, oder, äh, was halt. Also, jetzt geht's, geht's los. Ich bin jetzt so ein kleiner Wing, ich kenne mich jetzt da was, bisschen, ein bisschen schlecht aus. Also Vollgas, Vollgas. Du musst, glaube ich, mal ein bisschen dutschen, aber sonst geht es eigentlich. Oh, wie so, wie brille ich so? Sag, komm mal her, jetzt, Boy. Fahrzeug bestätigt, jawohl, Alter! X-Wing zerstört! So will ich das sehen, Alter, wie über, ich rasiere hier übel. Komm her, komm. Wow, 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 wie ich rasiere! Wir rasiert! In der Luft auseinandergenommen hier. In der Luft, in der Bruchteile, eine Sekunde. Komm her, Komm, Boy. Immer mal, L1, R1, drücken und, bam, bam! Lol, ich bin da, ich bin da, glaube ich, im Visier jemanden, aber schön ausgewichen. Lol, dass sie... Milleniumfalke, da, Milleniumfalke, die Schotthaube. Da ist der Milleniumfalke, ich will den haben. Oh, oh, vom A-Wing zerstören. Ey, ich will den Milleniumfalken zerstören. Wo kriegt man den her? Das ist wahrscheinlich wie so ein Helden-Teil, der wie bei, wie bei normalen Modus, das hier anstatt einem Ausweichmanöver. Lol, da kannst du Backflip machen. Ist ja geil. Alter, du flip machen. Ey, aber nochmal, das kannst du den Lux-3-Walker, das irgendwas nehmen. Lol, da ist, da ist Milleniumfalke. Äh, aber ich denke, du kannst wahrscheinlich... Ne, Milleniumfalke nehmen. Alter, stirb doch jetzt mal! Lol, lol, ich will den Transport reinfahren. Okay, ich hab ein paar Mal beschädigt, aber der hat mich jetzt richtig abgeballert. Ey, ich will, ich mag diesen kleinen Wing, der ist schwer zu treffen, den mag ich irgendwie. Jetzt lass mal das Transportschiff aufschießen. Go, go, go. Lol, lol, Milleniumfalke, ich will den haben? Wie kriegt man das von Milleniumfalke? Also, ich hab vorhin, konnte ich dem nicht besiegernden Feindlichen Essen kommen. Shit, der Essen kommen. Die ziehen uns voll... Ne, obwohl, wir ziehen die voll ab. 118 zu 53, Alter, ey, wir räumen ja richtig auf hier. Wir räumen ja richtig, richtig auf hier. Boah, da musst du echt aufpassen. Du kannst viele Leute treffen, aber du wirst so leicht getroffen. Boah, da geht der Mannflug. Boah, ey, Wing. Ey, da wirst du ja zerlegt, ey, in alle Einzelteile. Entweder du zerlegst oder... So, jetzt, komm, war die Bauerwings zerstören. Da, weg mit dir. Komm her, jetzt, komm! Komm! Jetzt hat mir jemanden Krieg gestealt. Oh, da hat mir so ein scheiß X-Wing hat mich da verfolgt. Wilds, die Relo, ey. Na, warte, jetzt, jetzt will ich mit einem anderen. Wenn ich sechsmal sterbe, hole ich mit einem anderen. Achso, ey, Lines ist ein Tempo-Schub. Okay, Tempo-Schub, geil. Niederlage. Was? Wir waren doch die Guten. Wir waren doch rot. Wahrscheinlich bist du immer blau. Und dann, Alter, null Kills. Zwei KI-Kills, fünf Verluste. Wow, 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 wow. Also, Jungs, das war jetzt mal eine kürzere Folge Star Wars. Mir macht das null Spaß, dieses, dieses Format. Also, was war das jetzt? Jäger, Jäger-Jäger-Staffel, Jäger-Staffel. Jäger-Staffel, der Spiel nicht garantiert nie wieder. Da gibt es deutlich geilere Folgen. Das heißt, es war's, wenn du weiterer Runde Star Wars. Warte ich mal eine kurze Zeit. Dankeschön, dass ihr dran geblieben seid. Und ja, da sehen wir uns dann wieder in der nächsten Runde, der dir hoffentlich ein bisschen mehr Spaß macht, Star Wars. Und jo, macht's gut, haut rein und viel Glück.